Norddeutscher Rundfunk 2021 Auch in der schönsten Beziehung ... ... kommt irgendwann der Alltag. Mann, ich hab keinen Bock, dir immer hinterherzurollen. Hast du wenigstens die Flaschen weggebracht? Bestimmt wieder nicht. Ja. Einshaft jetzt? Ja. Von den Machern von Kein Ohrhasen. War hier Ohrküppen? So sieht's aus. Die Neuen oder die? Ähm, die. Fallen hier die Einer nicht? Das hab ich nicht gesagt. Aber die sind zu unbequem. Mein Gott, dann nimm mal die Anderen. Die sind noch unbequemer. Marie! Au! 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 Entschuldigung. Das hab ich gar nicht gesehen. Nee! Oh. Ähm. Hey, Anna! Das ist ne ganz doofe Ziege. Und Silikon-Möps hat sie auch noch. Nee, die sind echt. Da ist kein Silikon drin. Das ist mir doch egal. Hi! Ich bin der Ralf. Herr Ralf und ich haben zusammen studiert. Echt nett von euch, dass ich die paar Tage hier bleiben kann. Darf ich? Ich mach dem doch nicht so ein Bett. Wer soll da bei uns mit dem Bett schlafen? Du setzt dich hier in die Zeck ins gemachte Nest und baggerst die ganze Zeit an meiner Freundin rum. Die Anna? Das ist doch absurd. Ja, Moment. So absurd ist es jetzt auch wieder nicht. Ich werd sehr oft angegraben. Glaubst du, wenn man sich wirklich liebt, kann man sich auch sehr schlimme Fehler verzeihen? Wenn man sich etwas wirklich wünscht, dann passiert das auch. Oh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020